Seid ihr Knusperkekse nicht zum Anbeißen süß? Sie sind Chefkochs Eltern? Seit ganzes Leben lang! Sag mal, würde dir Knallfrische gerne Geschichte hören, wie wir das Ungeheuer von Loch Ness gesehen haben? Muss nicht sein! Das muss so sieben, acht Jahre her sein! Ich und die Gnädigste waren auf diesem Boot, wisst ihr? Ganz allein in der Nacht, als mit einem Mal dieses riesige Geschöpf dieses Krustenwesen aus dem Paläolithikum aus dem Wasser schießt! Wir hatten große Angst, ich bin im Boot auf- und abgesprungen! Was ist das für eine Kreatur? Es hing über uns und sah mit seinen großen roten Augen auf uns herab. Das war schrecklich! Und ich schrie, ich rief, was willst du von uns, du Monster? Und das Monster beugte sich nach unten und sagte, so ungefähr 3,50. Was ist ein 3,50? 3,50 Dollar. 3,50? Es wollte Geld? Ganz genau, ich sagte, ich gebe dir keine 3,50, du verdammtes Monster von Loch Ness. Verdien dir doch dein eigenes Geld. Ich gab ihm einen Dollar. Sie gibt ihm einen Dollar. Ich dachte, es würde verschwinden, wenn ich ihm einen Dollar gebe. Natürlich verschwand es nicht, Nelly. Wenn du ihm einen Dollar gibst, geht es davon aus, dass du noch mehr hast.